Für alle, die meinten, es gäbe nur eine Tigerente, die liegt komplett falsch. Es gibt eine Tigerklarinette. Ganz kleines Instrument für kleine Kinder, die noch kleine Fingerchen haben. Es hat sehr wenige Klappen dran, nur drei. Und das Mundstück ist auch ganz klein und das Blättchen ebenfalls. Töne das Instrument dann so. . . .